So, äh, was ist da los? Hier ist euer Gantrix am Start, ähm, hier natürlich wieder bei Minecraft auf der Playstation 3, sieht man ja, und hier lädt auch gerade schon unsere Welt, so, hier sind wir, endlich wieder in unserer schönen Welt, im letzten Part haben wir hier zusammen mit Loray was aufgenommen, da hat man natürlich ein lustiges Abenteuer, äh, ich hab mein Elgato gerade ein bisschen angepasst, ich versuch tatsächlich gerade wieder in HD aufzunehmen, ich weiß, ich bin total verrückt, das darf man eigentlich gar nicht tun, nicht ich mit meinem schwachen Laptop, das ist ja, das ist, das geht so nicht, weißt du, geht so nicht, nee, 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 ähm, aber jetzt, hier haben wir noch eine kleine Neuerung, das habt ihr vielleicht schon am Logo von dem Video erkannt, nämlich, ähm, diese Woche ist eine düstere Minecraft-Woche, das bedeutet, wir haben hier jetzt was für die dunklen Leute unter euch, ähm, wir machen so eine kleine Gothic-Woche, wir haben jetzt einfach so eine, so eine Megaherz-Playlist, die lassen wir jetzt einfach mal laufen und, ja, das ist jetzt im Prinzip unsere Musik für diese Woche Minecraft und da fangen wir an mit alles nur Lüge und, ja, das wird eine düstere Woche, das wird richtig herrlich, einfach mal was ganzes Anderes, jo, ja, das passt von der Lautstärke auf jeden Fall, definitiv, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mich sogar selbst noch ein bisschen hochpushen, ich seh schon, alles klar, so, also, was wollte ich denn heute, ich wollte dieses Mal ein bisschen am Haus rumfummeln, das sieht man ja hier schon, es ist schon ein bisschen was gemacht, das wollte ich heute, ähm, ein bisschen ausbauen noch, da gehen wir jetzt erstmal rein, ja, okay, die Aufnahme ist spack, wir sehen uns also gleich wieder, ich, ähm, schraub das wieder rum, äh, jo, alles klar, da sind wir wieder, ich habe schon wieder eine Nachricht gekriegt, da muss ich jetzt gerade mal drauf antworten, ach so, ich muss außerdem übrigens angeben, dass ich gerade Let's Play, so, so, ich Let's Play hier ja gerade schön für euch, ich weiß jetzt nicht, was dieses Live eigentlich ist, also, ich wackele da mal, ich konnte immer noch verspätigen, egal, passt, ähm, alles klar, ähm, ja, also, dann bauen wir mal das Haus aus, wir brauchen natürlich, Dschungelholz war das ja, glaube ich, Fischenholzbretter, äh, wir brauchen direkt das Dunkelholz selbst, ich glaube, ähm, Werkzeug haben wir ja hier gelagert, ne, hier, was, hier, hier haben wir noch eine Steinachs, die nehmen wir gerade mal, also, wir bauen uns jetzt wirklich eine richtig schöne Hütte zu Ende, das wird richtig schön, Leute, glaubt mir, also, ich hab was ganz, was merkwürdiges bei meinem Aufnahmegerät, ähm, ausprobiert, nämlich beim Elgato Game Capture, falls ihr auch Probleme habt mit Ton oder sonst was, ich hab das jetzt in den Eigenschaften, hab ich unter Problemlösungen einfach das mal laufen lassen, und das System selbst hat gemeint, ich soll das auf Windows XP-Kompatibilität anpassen, hab ich jetzt auch gemacht, und siehe da, es läuft jetzt auf einmal gigaflüssig, ich hab keine Probleme mehr, also, ja, vielleicht klappt es ja bei euch auch, falls ihr auch irgendwelche Probleme habt, und, ähm, ja, wie gesagt, auf einmal läuft's, auf einmal will das wieder, so wie ich das will, und, ja, jetzt überlege ich grad, wie ich das jetzt genau machen soll, vielleicht ja so, hier ist die Mitte, oder? ja, ja, hier ist die Mitte, dann machen wir das so am besten, plopp, ja, so, was ist das jetzt? egal, so, dann machen wir das hier auf, so einfach mal herrlich, mal eine ganz andere Playlist laufen zu lassen, das ist doch mal richtig schön, richtig schön für die schwarzen Leute unter uns, ich sag ja mal unter uns, weil ich, äh, natürlich auch dazu gehöre, das wissen vielleicht manche nur nicht, was dann natürlich die, die, ähm, auf meiner Homepage über mich gelesen haben, die sollten das jetzt eigentlich wissen, dass ich auch definitiv zu schwarzen Szenen gehöre, ist einfach so, ähm, ist so, ich hab ja auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, wo ich Tanzvideos mach, den verrate ich jetzt an der Stelle aber nicht, da müsst ihr dann schon auf meiner Homepage vorbeigucken, so fies bin ich da, ein bisschen böse muss ich ja sein, ne, hier schwarze Zähne und so, weißt du Bescheid? nee, jetzt gehen wir einfach mal hier hoch, ich bau das Ganze hier mal wieder zu, so, da ist ja so ein hässliches Loch jetzt, das wollen wir natürlich nicht, ähm, das Dach ist übrigens auch viel zu clean, ja, ich weiß nicht, ich spreche heute in einem lustigen Akzent, ich weiß nicht wieso, was ist jetzt eigentlich das? Okay, dann schauen wir mal, was wir da noch haben, ich guck grad mal runter, ich dreh mich mal grad lauter, es tut mir leid, wegen der Musik und so, ich muss mich selbst grad ein bisschen lauter drehen, so, was ist eigentlich im Ofen? Nichts, alles klar, das ist unser Wuffy, den mag ich ganz gern, na, das ist doch alles, nee, 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 hm, das brauchen wir vielleicht, ich nehme das jetzt mal mit, oder, nee, nee, warte mal, warte, 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 wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall Stein, und Holz, wo ist denn das? einfach mal, na scheiße, dann stellen wir uns zum Paar Stein, ah, ich bin so dumm, so, dann machen wir das halt so, papapapapapapapapapapap, und dann gehen wir da raus, oh, was ist das? Was ist denn hier schiefgegangen? Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich habe keinen Garten mehr. Schatz, was hast du da angestellt? Böse, böse, böse. Ganz böse. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass es wieder... Die Höhle selbst sieht auch scheiße aus. Ich muss hier nur so viel machen. So viel. Dschungelholztreppe, richtig. Genau, das brauche ich nämlich. Wir müssen nämlich Dschungelholzbretter herstellen. Holztreppen. Ja, 31 reichen vielleicht erst mal. Dann dürfen wir... Erst mal das Holz... Ah, fuck. Ja gut, kein Problem. Oh, ups. Richtig, wir könnten uns auch mal umkleiden. Nehmen wir hier Skin ändern. Halt's mal so. Wir können jetzt mal... Wenn wir schon die dunkle Woche haben, können wir uns auch mal dunkel anpassen. Wir könnten Geist spielen. Wie wär das? Richtig, was Brutales gibt's ja hier nicht. Natürlich nicht. Ja, hier brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Ja gut, dann sind wir halt jetzt einfach mal... Pass mal auf. Dann sind wir jetzt einfach dieser Geist. Wie sehen wir denn? Ja, passt schon. So, dann machen wir hier mal auf. So. Machen wir das hier alles mal weg. Wir brauchen keiner. Wir bauen uns jetzt wirklich eine wunderschöne Hütte. Weil das, was wir da haben, ist echt hässlich. Ich glaube, mein Mikrofon-Dings ist ein bisschen asynchron zur Musik. Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber es ist egal, es ist egal. Ich bin gerade erleichtert und irgendwie... Ich weiß auch nicht. Es läuft gerade alles so flüssig. Macht mir fast schon Angst. Aber andererseits ist es natürlich auch schön. So, das dauert hier gerade wirklich lang. Ich schau mal, ob ich das nicht schneller machen kann. Ich schwebe! Ich schwebe direkt, ist ja geil. Man merkt es so richtig, das ist richtig geil. Mein Werkzeug ist immer noch nicht hier. Ja, toll, die ist gleich kaputt. Habe ich hier irgendwo Eisen? Ja, hier. Uh, schön. Alles klar, dann gucken wir mal. So, dann schweben wir den ganzen Scheiß wieder hier hoch. Es ist Jagdzeit, wunderbar. So, das geht jetzt doch eigentlich schon ein bisschen schneller. Jawohl, das geht schneller. So, und dann buddeln wir mal den... Oh, dann buddeln wir jetzt den ganzen Scheiß mal weg hier. Wie gesagt, dann machen wir uns mal so ein richtig schönes Dach. Richtig schön. Ein richtig schönes Haus. Das wird alles sehr schön. Ich bin auch dafür, dass wir das ein bisschen höher machen. Obwohl, nee, das passt schon so. Obwohl, ist ja wurscht. Wir machen ja so ein Spitzdach. Richtig. Wir machen ja so ein Spitzdach, dann ist es egal. Im Endeffekt... Das ist im Endeffekt wurscht. Ja. Ich muss nur umdenken. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, wie man es macht. So. Alles klar, dann baue ich mir hier mal kurz was hoch. Toll. Okay, lustig. So, im Endeffekt. So, richtig. Das stimmt eigentlich schon mal, glaube ich. Ich glaube, das muss jetzt erstmal alles weg. Plop, 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 plop. So. Plop, 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 plop. So. Ja, es ist eine Menge Arbeit. Aber wir haben ja gute Musik im Hintergrund. Das passt schon so. Also ich hoffe, dass es so passt. Und dann brauchen wir das. Und dann muss ich schon überlegen. Plop, 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 plop. Au. Scheiße. Aber oben. So, so, so. Und dann... So. So. Ah, nee. Okay, okay, okay. Ich verstehe schon. Plop. Ich glaube, so. So. Also. okay. Dubour. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ich denke nicht, dass es so ein Format wirklich gibt auf YouTube schon. Habe ich keine Nahrung mehr, das ist interessant. Ich muss gerade mal ein bisschen was ablegen. Ja, da will was auf mich schießen. Ja, 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 ja. Ey, du Arsch. Es ist ja Mongo. So. Das knackert mir. Ja, genau. Ja, genau, du sagst es. Ja, genau. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen wieder was gepflanzt. Und Nahrung brauche ich jetzt dringend. Ganz dringend. So, dann schauen wir doch mal Brot. Wie viel... Das kann nicht sein. Nein, 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 das kann nicht sein. Was, da ist keine Kohle drin? Scheiße hier, so, oh komm schon, alles klar, so, dann haben wir gleich ein Steak und dann ja, ja, also auf jeden Fall ist das alles herrlich hier, also, das ist fertig, das können wir jetzt essen, oh komm schon, das hat jetzt natürlich nicht gereizt, war klar, egal, passt so, auf nach, die, da, die, da brauchen wir nicht, hallo? So, jetzt wollen wir uns, holen wir uns ein bisschen Holz, und zwar das gute alte Dschungelholz, da gibt es ja genug von der Sorte hier, hat Loreia immer schön abgeholzt, aber hat jetzt doch nicht genug, ich brauche halt jetzt doch noch mehr, aber so, heute gibt es ja genug von. Ja, wir brauchen richtig schön viele Treppen und Dschungelholzbretter und alles, also richtig schön, ja, damit wir halt ein richtig schönes Haus bauen können, ganz klar. So, ich möchte übrigens an dieser Stelle grad mal schöne Grüße an Lisa ausrichten, ja, weil sie ja gerne Megaherz hört und so, und die schwarze Woche ist auch ein bisschen ihr gewidmet. Ich weiß nicht, ja, ich bin eigentlich wegen ihr sozusagen ein bisschen auf die Idee gekommen. Also an dieser Stelle einfach viele Grüße an Lisa, hab dich ganz doll lieb. Und ich sehe grad an der Uhrzeit, dass der Gruß jetzt genau richtig ausgerichtet wurde, weil ich muss den Part schon wieder beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part eigentlich wieder, Leute. Danke fürs Zusehen, ich hoffe euch gefällt diese andere Art jetzt von Let's Play, also halt eben diese schwarze Woche. Die schwarze Musik und so. Megaherz. Ich hoffe euch gefällt das so. Das wird halt jetzt echt ne ganze Woche so gehen. Ich hoffe echt, das ist okay soweit. Ja. Oh, guck doch, das sieht doch von hier aus richtig schön aus. Wunderbar. Oh, da liegt ein Ei. Guck mal, was passiert, wenn ich es werfe? Puh! Nichts. Ja, genau. Groß. Wird noch schöner. Alles klar, liebe Leute. Dschungelholzbretter. Alles klar. Also, wir sehen uns wie gesagt, ups, im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen in der Videobeschreibung. Nicht vergessen gibt es wie immer den Link zur Playlist von allen Minecraft Folgen. Guckt einfach mal vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Ciao, euer Gantrix. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. founds immer lore. Deine Vanzigreich. עם Weiter. Ja. Vad Note gehört. Uau. Ära rum.